Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute kommt ein bisschen anderes Video, mal kein Turnier FMI. Und zwar gehen wir heute zum Wolwig. Und wir wissen noch nicht ganz so genau, was wir dort wirklich machen. Also Planetwerk war eigentlich ein Fahrtraining, dass wir mit ihm so ein bisschen Töckchen fahren können, also mein Mami. Ich probiere so ein bisschen zu filmen und zu filmen, aber es sind dort Weltkrieg. Also wir wissen nicht ganz so genau, was es jetzt geplant ist, aber wir gehen jetzt einfach mal und schauen. Und ich denke, ich möchte hier ein bisschen für euch filmen, damit wir das so in ein paar Jahren vergleichen können, wie der Wolwig am Anfang war. Und wie er später ist, er ist jetzt drei. Und Paul Zetterfeld, deswegen ist das auch für den Züchter eine gute Übung für ihn. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen etwas zeigen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, ihn wieder zu sehen.